Ich soll den Graphen der roten Funktion skizzieren, also keine Wertetabelle machen, sondern skizzieren. Hier ist so ein Mal, y ist die e-Funktion, das Blaue. So, was mache ich? Das, was mich hier interessiert, ist dieses x-1 und ich erinnere mich an die Parabel. Wenn ich da so ein x-1 hatte, das hat doch bedeutet, dass die Parabel verschoben wurde und zwar gemeinerweise um 1 Meter nach rechts. Das heißt, dieses minus 1 macht hier genau das gleiche. Die Funktion wird verschoben, und zwar um 1 Meter. Ja, also hier habe ich jetzt hier 1, 1 Meter, da wird die hin verschoben, stopp, ja genau. Alles wird so 1 Meter verschoben und dann bin ich jetzt, die neue Funktion ist 1 Meter weiter rechts. Ich habe den 2er noch nicht betrachtet, nur dieses minus 1. Bei dem 2er, jetzt rot, weil dann bin ich es nämlich schon, bei dem 2er wird verdoppelt. Aus 1 wird 2 aus. Hier ist 0,5 wird 1 aus und so weiter. Genau. Und dann bekomme ich hier so, ist ja nur eine Skizze gefragt, bekomme ich hier die rote Funktion, die jetzt da so hoch geht. Dann wird es schnell, weil sie immer verdoppelt wird. Genau. Verschieben und verdoppeln.